Friedrich Schiller Maria Stuart Entstehungsgeschichte Das Schicksal der schottischen Königin Maria Stuart Beflügelte die Fantasie zahlreicher Dichter im ausgehenden 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert In ihren Texten zeichneten sie das Leben der in Schottland geborenen, aber in Frankreich aufgewachsenen Monarchin Stuart nach Als Urenkelin Heinrich VII. hatte sie Ansprüche aber auf den englischen Thron Die Dichter stellten in ihren Texten auch Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern Probiere es am besten sofort aus Auf www.sofatutor.com So